Na komm schon! Was hast du denn gefangen, Micho? JB, er hat diese Flaschenpost geschickt. Nein, gib ihn mir! Kommt und rettet mich. Auf der geheimnisvollen Insel, aber Vorsicht vor den skrupellosen Piraten, dem schrecklichen Meeresdrachen und dem pechschwarzen Meer. Dieses Jahr bringt etwas Außergewöhnliches, Zauberhaftes und Saftiges mit sich. Das ist eine unglaublich große Birne. Die ist ja gigantisch. Jetzt hören Sie mal gut zu, mein Herr. Es ist verboten, ohne Erlaubnis, Früchte dieser Größe zu lagern. Obwohl sie so saftig ist. Sie dürfen nicht entkommen. Haltet endlich an! Die Birne gehört nicht bei uns. Los! Nein, zieh diese Birne auf! Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne. Sebastian, die Birne ist unser Schiff. Jetzt können wir zu der geheimnisvollen Insel segeln und JB retten. Wir kommen, JB! Erleben Sie mit uns das größte Abenteuer des Jahres. Das ist eine riesige Birne. Wer senkt diese riesige Riesenbirne? Die schießen auf uns! Auf DVD und digital erhältlich! Das ist eine riesige Riesenbremse. Und da ist eine riesige Riesenbremse. Das ist eine riesige Riesenbremse. Untertitelung des ZDF, 2020